ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen lustige dinge folge vom goat simulator 3 mit meinem mutterhuhn und dem küken äh das küken war ein bisschen ja anders und dafür ist das huhn cool ja ich weiss nicht wie so grosse hühner so das ist definitiv verpackt kann ich aber nichts dafür ich bin verpackt ich bin voll verpackt ich darf mich nicht bewegen sonst entbarge ich muss kurz mit dem wagen hallo kann mich immer was ist das was was sollte das sein ja jetzt ist das wohn weg was ist das was was ist das schon wieder das ist die neue radiosendung hallo huhn was ist das das ist doch nicht mehr normal hallo ich möchte gerne bär frei sein was passiert jetzt hallo was passiert mit dem spiel wieso sind schiffe am fliegen hallo ich kann nichts mehr machen ja ein huhn ich weiss aber kann ich mich wieder befreien hallo ich möchte mich befreien wie schnell wir sind ach geil wir sind ganz schnell am flieger und schwimmen hui ich bin gleich wieder am land super ja haben wir das huhn noch nehmen wir einen abschleppwagen mit ne das huhn habe ich irgendwie nicht mehr das war sehr schmerzhaft ok machen wir mal etwas tolles hier habe ich doch ein abschleppwagen gesehen nehmen jetzt einfach den abschleppwagen mit können wir den kleinen machen das ist so geil wie schnell wir sind unser kleines sträuschen alles in ordnung alles bitte in ordnung hallo ich möchte nicht gerne gerne nicht abholen komm explodiert ich muss hier ich muss hier uich geil auch geil ist das geil also wo ist rachsweg sangen davon ich bin der bauer nimmst raus ich nehme den ich nehme den aua hallo was ist denn los man das ganze spiel ist wieder verbuggt ich nehme ihn mit oh komm komm mit komm so oh ja uuuu oh ist das geil wir machen ganz kleinen schlapp wir waren da wenn wir fahren können aber bitte nicht sterben ne ja wir fahren nein so können wir nicht oh gut rückwärts rückwärts gang bitte nicht fest kein konnte nicht bremsen irgendwas passiert heute mit mit dem spiel ich weiß bin mir noch nicht ganz sicher was es genau ist aber ich kann nicht vor rückwärts dann rückwärts geil wie gehts ich kann nichts mehr machen ich kann wirklich nichts mehr ich kann nichts mehr machen ich hänge einfach so fest wie es nur geht okay das ganze spiel ist drogen schade wenn man okay wenn man sich umwandelt in einem giraffe wie immer es funktioniert einfach gar nichts mehr abschleppwagen und jetzt nochmal ganz normal ganz normal ganz normal ganz normal danke schön gut endlich das spiel wie die Giraffe wie die Giraffe auch rausschauen ach mein Güte was ist denn hier wieder los so nochmal wieso sind wir jetzt wieso ist das Huhn jetzt wieder hier es macht keinen Sinn das Huhn ist untergegangen an die Tiefen mehr. Wie kommt man jetzt hier rein? So jetzt. Okay. Ja, lasst mich jetzt stromen. Ich immer Gas gebe. Es wird wahrscheinlich am Strom, dass wir immer Gas geben, oder? Der Palette kann eigentlich auch noch reingehen. Komm, der Palette, du wirst noch so ein kleiner. Komm, saug dich rein. Ach, bitte. Geh rein. Dein Spielzeugauto. Aua. Was ist denn eine irrsinnluftige Folge? Was jetzt schon passiert ist? Mann, ich hasse Gummi. Gummi ist scheiße. Ist das jetzt? Gummi ist so scheiße, ey. Ja, genau, knox. Komm, komm mal klein. Ich muss auch noch kleiner werden, wenn ich hier umwandle. So. Äh. Hallo, Auto? Wie ist das Auto jetzt verschwunden? Was macht das für einen Sinn? Seht ihr immer das Auto? Kann wir ihr immer das Auto wieder herholen? Also Palette, du musst ran. Genau. Palette. Das ist meine Palette. Das ist jetzt ganz klein. So, das können wir sonst noch machen. Wann, wo ist jetzt das Auto? Hallo, Sieb-Monsieur. Oh, hahaha. Noch grösser geht das? Aber ich muss hier rein. Jetzt werde ich grösser. Jetzt werde ich grösser gemacht. Oh, das geht mir gar nicht. Also, was hätten wir sonst noch? Was ist mit dem Fischer-GW passiert? Ach, komm. Müssen auch mal ein bisschen Klo benutzen. Also grösser machen. Die ist jetzt auch so gross. Okay. Es passiert vieles komisches Zeugs in diesem Room. Wir müssen einfach das Klo vergrössern, das mehrere Meter dann packen können. So. Dann habe ich irgendwas mit Betonröhren noch gesehen. Mal schauen, ob dort irgendwas ist. Und dann gehen wir schon mal etwas Produktives machen. Aber zuerst mal Klo. Ist es auch so ultraleicht jetzt? Oh. So, ähm, genau. Jetzt möchte ich kurz noch... Ich möchte kurz noch die Ohren benutzen. Wir sind ja nicht fertig. Ja. Gut. Ähm, jetzt möchte ich... Äh... Das ist die Stirnbank, okay. Autotuner. Nein, wir brauchen nicht. Wir brauchen... Miss Talent. Genau. Geil. Also, ich möchte wieder kleiner werden. Ich möchte den Fischer-Gang einfach einmachen. Und... Ich will eigentlich meinen Abschleppwagen wieder. Wo ist der Abschleppwagen... Ist jetzt das Huhnach so gross wie... Wo ist mein Abschleppwagen? Der hat sich irgendwie in Luft... Ich denke, der hat sich unter die Map verpackt oder so. Okay. Dann werden wir nochmals ob wir den Bug auslösen. Oh, schade. Gerade nicht. Vielleicht ist es zu eben... Äh, zu schräg. Ähm... Genau hier. Also, hier ist auch nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Und hier ist der Weg. Auf Wiedersehen, du Weg. Du wirst so schön. Aber wir müssen jetzt doch irgendwas Produktives machen. Hier ist auch ein Regenboden süss. Aber der sagt jetzt nichts mehr. Der ist einfach für die Insel, der Hündergrund. Okay. 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 Geil! Ein rundes Männchen. Ein Frauenchen. Geil! Kommst du mit? Auf Abenteurer! So, ähm... Hier oben könnte das sein. Ja, sehr gut. Aha, hier geht's nur runter ins Dach. Da hinten. So. Irgendwo ist ein Baum. Die Oma ist da unten. Ha! Nicht getroffen. Du 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 du. Oh, ein Riesen. Nein, das bin ich nicht. Oh! Ja, liebe Kinder. Sieht ein bisschen. Die sind falsch aus. Die sind falsch aus. So. Meck dann. Ähm, genau. Dann tun wir uns mal noch um. So. So. Wer? Oh, rot-weiß. Der rot-weiße Königin. Und BANG! So konnte ich gerade schmieren. Kein. Gehen wir kurz die Map. Wir können uns irgendwie hier zeigen lassen, wie ich unten drunter bin. So. Einmal wie. Dann haben sie doch einfach mal. Nichts. Ich mich an. Pippi ist jetzt drüber drin. Okay, sorry. Komm mit an Land. Ich muss überleben, bitte. Also. Äh. Produktiv sind wir ja jetzt nicht gerade. Deshalb. Gucken wir doch mal. Ja. Was wir machen könnten. Genau. Das ging ja letztens nicht. Dann gehen wir dorthin. Das ging letztens nicht, weil wir das Sofa kaputt gemacht haben. Und jetzt probieren wir das nochmal. Und das mit den Paketen könnten wir eigentlich auch noch irgendwann mal machen. Ähm. Mit einer Leistung geht's halt jetzt momentan, weil ich so viel beschäftigt bin mit Fussballtraining. Nicht so. Aber. Ja. Das können wir dann ganz am Schluss machen. Das ist wirklich am langweiligsten. Sozusagen. Jetzt muss ich nur wissen, wie genau ich wieder hinsetzen muss. Vor allem ist hier auch irgendwas unten drunter. Ah. Das ist die Krone hier. Also. Ja. Das geht dann natürlich so nicht. Und jetzt hinsetzen. Blöken. Gibt's irgendwo. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was Blöken ist, aber nicht die A-Taste. Ah. Es gab irgendwie Störungen. Ja. Das will ich nicht. Links gehen. Sprinten. Fähigkeiten. Blöken. Die 1. Hä? Was ist das? Was? Ich hab das. Die Größen einfach verschoben und so. Geigen wir an. Ich will mein Haus vergrößen wieder. Ich mach es noch kleiner. Eigentlich wie das Haus. Das ist mein Haus. Oh, hier ist größer. Nicht dein Ernst. Doch ich. Ein Centrum für Ameisen. Okay. Sehr schön. Das möchte ich jetzt mitnehmen. Das hat zwar irgendwie noch so einen Ständer. Was ist das? Egal ein Ständer für irgendwas. Das nehme ich jetzt mit. Ich wollte eigentlich vor ein paar Parts noch dieses Drogenhaus mit den Marie und Annas unten drunter. Ähm. Kleiner machen. Aber jetzt mache ich dieses Haus kleiner. Weil das schon klein ist. Ja. Ungisch, oder? Oh. Jetzt haben wir uns wieder verbaut. Sieht aber cool aus mit dieser Stange. Ziemlich geil. Das ist natürlich bei uns weh. Man hat etwas ausprobieren. Okay. Leider habe ich die Stange verloren. So. Jetzt müssen wir nur noch hier rechts runter. Sehr gut. Und boah. Wir fallen nicht so schlimm. Und wehe. Du gehst auch irgendwie kaputt. Weil leichte Objekte gehen halt wegen dem Gummi hinten dran. Echt schnell irgendwie. Irgendwer weggeschleudert oder so. Aber. Das interessiert mich jetzt. So. Einen Briefkasten können wir noch grösser machen. Was einfach besser aussieht oder besser funktionieren würde. Bei Bakter funktionieren würden. Dann müssen wir ja ein bisschen grösser und kleiner machen. Ich finde es geil. Weil bei so einem Spiel eigentlich sonst. Was passiert eigentlich immer ständig? So ein Heubaden. So ein Heubaden. Der einfach irgendwie die Heubaden in Höhe gescheitert hat. So ein Heubaden. So ein Heubaden ist. Oh Gott. So ein Heubaden. Oh Gott. So ein Heubaden. Oh Gott. Oh Gott. jetzt weggeschleutert sonst. Ach bitte, geh weg. Bitte werde kleiner, bitte. Ja, ein bisschen kleiner wurde es, aber wahrscheinlich, weil es so klein ist, wird es halt nicht mehr so schnell kleiner. Ach komm, bitte. Gummi, geh weg. Immer ständig Gummi. Ich weiss nicht, was die Entwickler einfach geraucht haben, dort einen Gummi zu platzieren, oder? So ein schnell. Das wird, glaube ich, gar nicht kleiner. Okay, sicher. Hm, also das Klo. Das Klo muss größer werden. Nein, bleib hier, bleib hier. Bleib hier. Oh, heftig. Ich brauche ein großes Klo. Oh, der wird vom Klo erschrocken. Noch mehr. Noch mehr. Kleine Züge braucht großes Klo. Kann ich irgendwie den Deckel öffnen? Ich will rein. Und die Züge drinnen sehen. Im Klo drinnen. Aber ziemlich geil, so ein Riesenklo. Äh, ich wollte nicht rein. Ich... So, noch einen Klo drinnen machen. Jetzt habe ich das Klo. Jetzt mache ich es kaputt. Oh, geht nicht. Geil aber. Wie es klingt. Oh ja. Oh ja. Ich wollte sowieso wieder ein Straußeln. Ich will doch immer ein Straußeln und den Klo. So, jetzt sind wir ganz klein. Jetzt machen wir uns grün. Ähm. Siedenbissen, Barbie. Äh. Das ist geil. Oh, ich bin ein Fuss. Oh, ein schneller Fuss. Noch schneller geht's. Was ist das jetzt schon wieder? Drago rätselt, was es sein soll. Oh, das ist ein Fassgross, Mann. Das ist jetzt nicht gerade so spannend. Ähm. Schweine waren ja auch in Großverpackt. Was passierte da? Jetzt mal ein Schwein. Nein, ich will ein Schwein klein. Schweine, kleine Schweine sind süß. Ich will jetzt mal ein Schwein klein machen. Aber es ist nicht so lebendig. Fassgross, Mann. Hehehehehe. Wow. Wo, was weiß ich? Wow. Oh, ja. Experimente mit dem kleinen größeren. Geh rein, du dummes Schwein. Was packst du jetzt da drum? Oh Gott. Komm jetzt. Komm rein. Nee, sowieso wieder größer. Boah. Also ich muss glaube ich grösser werden, das geht ja nix, äh, nimm noch so gleich, ah, klein, äh, grösser werde ich schon, in die Richtung, oh geil, so du gehst jetzt wein, weh du gehst nicht wein, jetzt, okay, oh wie süß, das ist einfach nur ein Ferkel, genau, Spannpferd, ich nenne dich Spannpferd, das ist doch ein gutes Spiel, und das andere war lustiger, 25.2, so, jetzt gehst du wieder rein hier, ich will ein kleines Schweinchen nörstlich rein, also wirklich minimalistisch klein, ja, was ist das, was ist das, das war glaube ich wie im dritten Pfad oder so, das war sogar auch klein und nicht gross, aber ziemlich verbuggt irgendwie, noch cool, haha, was ist das, ein Platsch, ich hab nen Platsch gefunden, mit der Sohne auch dort so, chillig, rein, danke schön, jetzt gehst du nochmal rein, komm, nochmal, oder nein, jetzt gehst du größer, komm, ich will dich so gross machen, wie es geht, ich glaub das Huhn ist zerstört, das Huhn, äh, das Schwein gibt's nicht mehr, das Huhn ist ja auch dort so stört, im Boden drin, komm schon, bitte, schaff es, geh rein, geh rein, bitte, geh rein, ich kann es so nicht weiterhauen, wie er schreit, Drago wieder am Türke, eindeutig, eindeutig viel zu verpacken, ich kann nicht mehr, 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 so ein grosses Öl fast, oh nein, jetzt kommt eben ein ganzes Öl, oder was, boah, ich kann mich fast nicht mehr bewegen, so viel Öl, oh geil, okay, ich möchte wieder grösser, ich möchte jetzt ein grosser Vogelstrauß sein, so, 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 dann schauen wir noch kurz noch wegen Goldstatuen, ich weiß jetzt nicht wo die sind, aber es müssen hier noch viele sein, aber zuerst muss ich mal diese Klamotten ausziehen, lossen braucht der Strauß, und dann nochmal eine Größe bitte, vielleicht passiert ja auch etwas Lustiges während wir besuchen, ähm, wo waren wir noch nicht so gut, ähm, wir waren zum Beispiel hier, ja, hier drinnen waren wir auch schon, ja, äh, okay, ja, äh, okay, lol, wir bauen nochmals durch, also hier zum Beispiel, ja, drinnen waren wir auch schon, jetzt habe ich nichts, es passiert einfach ständig irgendwas Lustiges, so, okay, also in dieser Schöne hier, war der Traktor, oder, da waren wir fertig, oben ist nichts mehr, das ist cool, wenn wir so groß sind, also hier ist nichts, okay, nur ein Müllsack, dann ganz hier oben können wir suchen, ja, dankeschön, äh, guck, staß, nicht nerven, hier können wir auch hoch, hier kommen wir hoch, oder, ja, nicht so, und nochmal, ja, okay, wir kommen nicht gut, aber es ist nichts, aber es ist nichts da oben, oder, so, dann waren wir hier oben, hier oben war auch irgendwo ein Vogel, also, eine Goldstatue, gell, hat mir einfach so viel passiert, dann haben wir hier, ich glaube noch mal das Dynamit, okay, ähm, hier war nix, hallo, ich kann die auch nicht mehr treffen, wenn ich so groß bin, okay, hier können Hänger sein, da drinnen nügt, es passiert so viel Lust, man, ich brauche mindestens eine Goathe, den könnte ich vergrößt, aber da drinnen ist er noch, 21, nein, da ist noch 10, es sind also noch viele, so ein Pizzamensch, vergrößt, dann machen wir das nochmal, ich will den größten Pizzalieferanten haben, das ist wichtig, wie wir uns drehen können, so, können wir auch sonst irgendwie verpacken, ja, nicht Knacks, Knacks brauche ich nicht, so, also, gehen wir rein, muss größer werden, nicht verpacken, größer werden, und wir werden kleiner, kurz, ich möchte die grösste Pizza haben, es gibt, bitte, gib mir Pizza, komm, soll die ja Pizza sein, Ah, Handball, okay, sieht doch nicht aus, aber so ein Handball, nein, das muss die falsche Regel werden, sorry, ich mache dich gleich wieder grösser, und geh mal scheissen, aber umbringt mal, sieht schon cool aus, wenn man so mitschleppt, oh, geil, und wie viele grosse Hamburger hast du jetzt da drin, gleich viel wie vorher, aber nur grösser, Äh, muss nicht so wackeln, gell, hallo, hör auf zu wackeln, hast du irgendwelche Spastiken, Spastiken, hä, nichts, ich glaube dem geht's gut, Wieso ist das Huhn jetzt hier grösser geworden, wieso ist das Haus da drum drüben, hä, 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 Kai, hast du Palf gehört, was ist denn hier so random, wieso ist es so random, okay, jetzt geht's ihm nicht mehr gut, eindeutig, dieser Packenling ist komisch herum, ich hab ihn, ich hab ihn, und, oh, also, der Pizza ist gross genug, komm jetzt, komm jetzt hier hin, wo, wo gehst du hin, hallo, komm schon, ja, noch grösser mal, noch grösser mal, ich glaube, ich habe gleich ein Bild, Hallo, wo gehst du hin, komm schon, komm, 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 komm jetzt, ich hab noch grösser, ich kann nicht noch werfe, bangen, Okay, vielleicht wird das, das fehlt, bin mir noch nicht sicher, aber, ja, ich kann nicht während dem ganzen Fahrt nur bitte machen, Noch grösser bitte, noch grösser, also, ich muss halt schauen, wie scharf es ist, also, das Game ist halt schon in Bewegung, ultra unscharf, Ich hab den besten Kollegen, äh, nein, verboten, ja, geh wieder, mach doch automatisch, immer grösser werden, Ach komm, ey, wo ist er hin, wo ist er hin, da, ich glaub, der braucht nur noch Äpfel, Ich hab ihn immer wieder das Gefühl, dass ich ihn habe, Ah, jetzt hab ich, oh, er wird kleiner, ich glaub, der ist zu fest verpackt, Ich glaub, auch das, was ist das, das ist ein Schaf, Ich hab ihn ja hin, ich hab ihn ja auch, Hallo, hallo zusammen, ich bin dein Freund, hallo, ich bin euer Freund, Wart auf zu bahnen, sonst verschweckt hier noch die Fische. Okay, also ich glaube, ja, dem Pizzaboden geht's nicht mehr so gut, Ähm ... Komm, wir gehen ihm noch ein bisschen nach ... Werden ihn noch grösser machen ... Noch viel grösser, und noch viel mehr ... Ricky'on den Hamburgerboten ... ...und ... So langsam ist er nicht mehr zu reden. Bitte, bitte! Der hat ihren Spass. Der hat seinen Spass. Komm noch einmal schaffen wir grösser. Das ist unser neuer Weltrekord. Die grosse Hamburger Bote. Boah, wie schnell er ist. Und ich habe ihn nochmals. Ich habe ihn nochmals. Und nochmals hierher. Noch grösser. Komm. Ich glaube jetzt so langsam. Ist er zu heftigst. Hm. Ja, ich habe ihn nochmals. Ja, ich habe ihn nochmals. Ja, ich habe ihn nochmals. Das ist auch das Gummi. Oh, guten Morgen. Die sind aber gross. Und andere fliegt davon. Und jetzt? Der hat ihren Spass. Eidudu. Wir sind da wild da. Kann ich ihn mal an dich hochkleppen? Boah. Unge... Er ist unter die Erde gepackt. So, wo könnten wir noch eine Goldstatue haben? Ich habe jetzt gerade nochmals Lust irgendwas zu finden. Ich habe meinen Spass anbögen. Also hier in diesem. Ja, da waren wir schon mal drin. Da haben wir uns doch mal durchgepackt. Äh. Irgendwas interessantes kleiner und größer machen. Ich muss auf die nächste Folge mal wirklich ein bisschen Eis durchsuchen. Hier brennt auch alles. Okay, hier drin, ne? Hier drin ist was. Da waren wir glaube ich noch nicht drin. Ja, wenn wir nur kleiner wären. Okay, hier drin ist nichts. Okay, aber hier in der Nähe. Hier nicht. Ich glaube irgendwo zwischen den Solarplatten sollte noch irgendwo sein. Aber hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hier auch nicht. Und weder habe ich das schon oder... Ne, das hier nicht. Hm. Wo könnte nachher das sein? Ja, der Part ist schon sehr lange. Hm. Okay, hier ist ja das Drogengebäude. Nachst. Ja, das habe ich ein paar noch gefunden. Und... Ja, fragt sich echt... Da vielleicht. Was war denn das? Na okay. Hä? Ah. Das ist der Dinger. Der Quietscher. Okay. Der Maulwurf. So, also hier. Hier ist irgendwas. Hier ist irgendwo eine Goldstatue, ich fühle es. Oh hier sind doch die Schneebähler, die Heuballen, die Strohbähler, genau, aber kann ich die gut grösser machen? Ich glaube ich habe das schon mal gemacht. Hier ist ein riesen Huhn. Schade, jetzt gerade sehe ich nicht eine Goldstatue. Ähm, hier dann. Okay, hier kann man nicht. Schade, nicht ganz, aber halber. Ist jetzt hier ein Auto drin? Aber hier leuchtet... Nein, das ist wieder die Krone. Nein, das ist nichts hier. Aber manchmal sind irgendwo oben drüber Goldstatuen, also über irgendwelchen Objekten. Wo man nicht direkt sieht, oder? Vielleicht hier drinnen. Ist jetzt hier auch noch mal seine... Boah. Okay, okay. Jetzt. LOL! Voll durch den Strom. Hallo! Hallo! Ich komme wieder runter. Gross, bitte! Ja, jetzt werde ich zum... So. Äh, zum... Zum... Na, so. Wo ist jetzt der? Äh. Ne, die nicht in die Richtung. Die Richtung. Hier war sie, oder? Ja. Hier. Hier. Ist jetzt tot? Wir werden sie besiegen. Das ist unser Boss. Unser Endos. Ja, sie ist tot. Sehr schön. Wir haben sie besiegt. Goatsch-Duet-Ther habe ich leider nicht mehr gefunden. Aber äh... Ja, machen wir das nächste Mal ja weiter. Ich habe hier oben noch nichts... Ja, ne? Ich mache hier noch mal so fest wie möglich. Sehr gut. Also, wir gehen kurz rein. Hallo, rein! Rein mit dir! Du bist gross genug! Jetzt gehst du rein! Komm schon! Du schaffst es! Du bist gross genug! Komm schon, bitte! So! Mit der Ku-Taste geht's eben. Ja, mit diesem lebendigen Ausschnitt enden wir den Part. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Tschüssi, Kowski! Lebendiger je denn je! Und die Statue dort. Sehr lebendig. Bein! Schön! Dankeschön fürs Zusehen. Tschüssi, Kowski!